Was bisher geschah. Hallo, mein Name ist Thomas Hofer und ich bin der Ombudsmann der Stadt Graz. Meine Aufgabe ist es, euch beim Thema Sauberkeit in Graz zu unterstützen. So wie hier in der Ungergasse haben wir eine Sperrmüllablagerung. Es kommt dann direkt zu mir. Ich schicke meine Jungs von der Soforteingreifgruppe, die das dann erledigen. Mit der schnellen Eingreifgruppe haben wir die Möglichkeit jederzeit und überall... Aber schade, die brauchen zwei Leute, damit sie es auch für jeden können. Oh, okay. Mädels, wir müssen. Die Pause ist aus. Wir sind das erste zu 100% weibliche Reinigungsteam der Holding Graz im öffentlichen Raum. Wir sind für den Bezirk Gösting zuständig und uns gibt es seit dem Frühjahr 2018. Wir können mit ein bisschen Stolz sagen, dass wir unsere Sache gar nicht so schlecht machen. Moment, was heißt gar nicht schlecht? Wenn uns das Projekt etwas gezeigt hat. Egal ob Männer- oder Frauenteam. Wir erledigen unsere Arbeit immer tip-top. Ich glaube, das schaut jetzt gerade super kitschig aus, so wie wir da jetzt im Auto gehen. Jetzt müsste halt noch irgendwo eine Kamera sein und uns mitfilmen. Und ich danke, wir qualidade halt!!! Und ich freue mich schon relativ für jetzt.